Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und der Stern? Vielleicht glitzert das gut. Oder ein Stern steht dran. Kann sein. Kommen wir gehen da weiter. Kommen wir steh'n dabei hier vorne ein bisschen. Wer hat noch herausgefunden, dass das Buch glitzern soll? Da, auf der anderen Welt schauen wir uns, ob es glitzern muss. Vielleicht ist es das richtige Buch. Das ist ein Sterntrauer, wie ein Wälderzähl. Stimmt, das ist bestimmt das richtige Buch. Okay. Seht mal, dein Zettel. Darauf steht ein Zauberspruch. Fädibus, Kolumbus, Kolumbus, Fädibus. Es hat nicht geklappt. Lass es uns zusammen verhauen. Fädibus, Kolumbus, Kolumbus, Fädibus. Und wie man kommt, in welchem Stoffwerk wird es nicht? Der Zauberspruch hat uns auch das vierte Stoffwerk bezaubert. Und wie geht's jetzt weiter? Oh, wieder das Buch. Auf alle 20. Ich habe ein Rätsel, das euch hilft. Okay, stell uns das Rätsel. Rechnet 20 mal 20. Sucht das Ergebnis in den Büchern und lest den Zauberspruch, der unter dem Ergebnis steht. Okay, komm, das machen wir dann jetzt. 20 mal 20, was könnte das sein? Für die 100. Für die 100? Das heißt, wir müssen die Zahl für die 100. Und das Buch hat gesagt, dass wir das in den Büchern suchen müssen. Okay. Okay, dann machen wir das jetzt. Huch, da sind ja grüne Zettel. Da sind die 1, die 2, die 3, die 4 und die 5. Aber Emma... 100? Ja. Oh, guckt mal, da ist noch ein 100-Zettel. Da steht die Zahl 100 drauf. Na ja, bis 200 haben wir das Buch geschafft. Schaut mal, da ist noch ein grüner Zettel. Da steht ja sogar schon die 300 drauf. Haben Sie ja, ist festgeschafft. Das sind die Kölner Zettel. Ja, 399, da mussten ja gleich die 400 kommen. Aber es war ganz schön anstrengend. Da ist die 400, los, los, los! Boah, muss doch mal so albern sein. Und es nervt. Da steht ein Zauberspruch. A-C-A-D-A-P-R-A-T-I-U-M. Das magische Buch. Sagt mir nun eure Namen, dann verrate ich euch den Zauberspruch. Wenn es die richtigen Namen sind, bekommt ihr den Hut des ewigen Glücks. Ihr habt die richtigen Namen gesagt. Das ist der Hut des ewigen Glücks. Der Zauberspruch lautet Fadabra, Zalom, I-Bos. Fadabra, Zalom, I-Bos. Fadabra, Zalom, I-Bos. Ich bin ja wieder ein Mensch. Und ich auch. Ende. Die Ende. Das kann ich kurz in der Fallen. Lenni. Fadabra, Zalom. Bye. Fadabra, Zalom. Untertitelung des ZDF, 2020